Okay So, wo sind die anderen? Ah, da ist noch ein Baumstamm Sind das immer nur vier Baumstämme pro? Oh Gott Okay, ich baue mir mal eben hier so ein So ein Firepit hier mal eben rein Warte mal, kann ich hier irgendwelche Büsche zerhauen? So, damit die mal weg sind Damit wir hier ein bisschen mehr Weil ich sehe nämlich hier gar nichts Okay, warte Book Und dann mal eben Das muss hier mal Fire sein Hier, Firepit, was haben wir hier? Standing Fire Das klingt auch lustig, Standing Fire Das können wir uns mal hier irgendwo hinbauen Dann haben wir hier außen noch ein bisschen Licht So Kann ich das anzünden? Ich zünde das mal an Voll geil Huch So Da können wir uns direkt noch einen bauen, finde ich Ähm Warte mal So, den platziere ich mal hier Haben wir davon noch genug, sagen? Nein, Steine Aber wir haben hier ja genug Genug rumliegen Erstmal anzünden Und wir können uns hier mal eben ein Ähm Wenn wir schon dabei sind Mal eben ein Ein Firepit machen Das mach ich mir mal hier hin Schön gemütlich Okay, wir brauchen noch Zwei Steine und Stickys Können wir Ah, hier sind Stickys Hier sind Steine Noch ein Stein Ich glaube, das Ich glaube, das reichen, oder? Ne, ich glaube, einen Stein brauchen wir noch Ja, ein Ein fucking Stein Ah, hier So Jawohl Können wir ihn auch nochmal anzünden? Können wir uns mal eben was zu Was zu brutzeln machen? Warte mal Ich schau mal eben im Inventory So Da können wir den nämlich da drauflegen Den durch Ich glaube Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch Ich habe nämlich, glaube ich, gerade schon was gehört Und wir sind hier noch nicht sicher Hü Hü Alter Hü Hü Alter Hü Hü Alter Hü Alter Geh weg Ich haue auf die Ämmel, Alter Ich haue auf die Hau da auf die Ämmel Hü 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 Wo denn? Alter Noch nicht ganz die Die Bude bezogen Und schon Hü 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 Alter Ich haue dir auf die Ämmel Vollidiot Rennt er erstmal durchs Feuer Trottel So, warte mal So, hier Warte mal Ich esse erstmal Oh Haben wir ein lustiges Campfire hier Wenn wir den einfach Da auf den Grill legen Bisschen Kannibalismus Betreiben Bestimmt gut Bisschen Opfergabe Hier für die Jungs und Mädels So Damit die sofort Wissen Wer hier am Ball ist Und was hier los ist Damit die sofort wissen Wer hier der Wer hier der Der Chef im Haus ist Sag mal, kann das sein Dass die unser Feuer da rechts kaputt Gewemst haben? Da? Kann das sein? Wieso ist das denn Weiß? Ne, hör auf Haben die echt kaputt gemacht? Ich dachte Das geht gar nicht Ich dachte Das wird immer Stand auf bleiben Okay, ich dachte Ich kriege da nochmal Ein paar Stickys raus Wie die auf einmal Ankamen Diese, diese Alter Diese Mäuteln Gibt's gar nicht Ja, zünd mal an Können die mal eben Die Loks hier nehmen Wo sind die? Ich such grad Verzweifelt die anderen Wenn ich jetzt wüsste Wo die hingefallen sind Alter Hü, alter Hü, ha, ha, hu, ha Ha, ha, alter Schon wieder Voll am Updancen Wie im Techno-Rave Hast du gesehen? Alter Hü, alter Kann es Tag werden? Ich hab keine Lust mehr Alter, ich will doch nur hier bauen Alter, fickt euch Geh mir nicht auf den Sack Geh mir nicht auf den Sack Alter Geh weg Du stinkst Da sind sogar zwei Lady Na, wie sieht das aus Mit uns beiden? Lust auf ein Date? So, ich sammle mal nochmal ein paar Stickys hier Und Steine Und tralala Ich, äh Das gibt's ja gar nicht Hm Ich bin ein wenig Das fängt ja schon gut an Ich dachte, ja gut Hm, ah, weißt du ja Ach Mal entspanntes Haus bauen Ja, scheiße Nicht so wie bei Minecraft Ne, wo man so ganz lässig und leisure Einfach mal Peaceful einstellen kannst Oder so, ne Oder halt Mal eben entspannen Dir ne Dir ne Bude Zusammenschustern kannst Ich weiß gar nicht, wo die Stöcker hingefallen sind Ich trau mich mal hier weiter zu hocken Äh, zu hocken vor allem Holz zu hacken Das sind wahrscheinlich die Leute von Greenpeace Die sind wahrscheinlich dagegen, dass ich hier den Wald abholze Die leben wahrscheinlich hier in dem Wald Und sind da sehr erbost darüber, dass ich denen ihr Ihr Ihre Bäumchen hier zerhacke Das Miese ist Durch das Fisselige Kleine Kleine Feuerzeug Sehe ich hier äußerst viel Na Aber so langsam wird's mit der Bude Ich hoffe die Ich hoffe die bleiben jetzt weg Ich bin mir da gar nicht so sicher Wo sind denn Ah, hier So langsam So langsam Na So langsam wird's mit der Bude Aber das hat schon was geholfen Dass wir hier ähm Dass wir hier diese Dinger haben Muss ich sagen Ich hab gedacht Komm Bisschen Licht nur Aber ja Scheiße Wie geil das ist Dass wir das haben Brennen die nämlich schön rein Oh hier der dicke Stamm Ah Der dicke Stamm Okay Vielleicht soll ich das nicht so in dem Zusammenhang sagen Das äh Ja Lässt mich eher verstört zurück Wenn ich das so sage So Hau ihn weg Hau ihn weg Alter Yeah Yeah Ich glaub Das war's Ja Michtiger Wetterboom So Da haben wir schon wieder Hab ich gesagt Ich weiß nicht genau Wo die Oh hallo Spiel Ruckel Ruckel Wo die ganzen anderen Hölzer hin sind Ah hier Guck mal Da ist eins Ich glaub da hinten ist auch noch Uah Achso man verliert die Hölzer Wenn man Wasser Ist super dass sie natürlich Super natürlich Dass sie im Wasser Äh Gelandet sind Das Feuer ist auch nicht so Hallo Inventory Axt Das Feuer ist auch nicht so detailreich Weil ich das ein bisschen runtergestellt habe Ich hoffe das tut nicht so zur Not Survival Survival So Bin grad am gucken Weil ich so ein Kontrollmonitor habe Also da läuft das Spiel Da läuft Äh Nochmal das Spiel Mit Aufnahme Und wir müssen uns überlegen Wie ich das demnächst mal mache Ist ja die erste Aufnahme erst Demnächst werde ich das wahrscheinlich Nochmal ein bisschen Noch ein bisschen umstellen Vielleicht mach ich auch irgendwann mal So ne So ne Tour Damit ihr das mal sehen könnt So ne Room Tour Weil das ist dunkel Ich seh gar nix Ist so dunkel wie im Rattenarsch Oder Bärenarsch So komm wir nehmen mal den Baum hier noch 33 Loks brauchen wir noch Alter Das dauert ja Ewigkeiten Wie gut dass ich hier so viel sehe Hö Hö Alter Äh Light 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 Alter Scheiß mit der Hose Geh weg Geh weg Steckst du am Maggi Kann ich nicht Ruhe Hier meine Dinger abholzen Scheiß Greenpeace Männer Wie er mir ja ins Ohr Mächeln ist Voller Voller Pädo Detail Ne Pädo Paule So Wo ist er denn Hö Sind das zwei Ich seh nix Wo sind die Da ist einer Durch das Gestrüpp Sieht man aber auch nichts Das ist so mies Oh Gott furchtbar Geh mal wieder Richtung Richtung Hütte Ich glaub die sind weg Kann das sein Kann das sein Dass sie immer so in 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 Wellenform angreifen Immer so Erst nur so ein bisschen Und dann so Wenn sie merken Ah sie haben keine Chance Hauen sie wieder ab Oder was Kann das sein Okay Ich ruckele gerade ein bisschen Auf der Sound Aber es ist gerade so laut Alter Ich hoffe die kommen jetzt nicht Wie mutig er aber auch ist Ne mit dem Feuerzeug so Ne am Wald Und tralala Wird bestimmt hier gerne gesehen Ach das Ach ja stimmt Das Dach müssen wir auch noch fertig machen Oh Gott furchtbar Oh nein Das hab ich mir nämlich gedacht Komm ich da dran Wahrscheinlich nicht Ne Hü Toll Sind die Loks Erstmal schön im Wasser gegangen Ja das haben wir schon Also die Wand haben wir Glaub ich schon fertig Ne kann das sein Hü Ja ich glaub Eine Wand haben wir schon fertig Oh Gott furchtbar Komm ich da dran Vielleicht sollte ich Vielleicht sollte ich nicht Planschen gehen Wenn die gerade parat Wenn die gerade parat stehen Alter die Skorische Oh es ist gerade sehr kalt Hm thirsty I'm thirsty Ja ich bin durstig Hallo Lady Wie geht's denn so Wie wär's denn Wie wär's denn mit nem Schnitt durchs Gesicht Alter Hü Wo ist er denn hin Aua lass das Lass das Hü Wo ist er denn Lass das Lass das hab ich gesagt Lass das Komm wir machen uns gemütlich Gleich am Feuer Ja Survival So wo ist er denn Wo ist denn der andere Wo ist denn der Schwager Wahrscheinlich alles Inzest Kinder hier Ich hab das nicht gesagt Alter wie viele das Ich hau ab hier Ohne Spaß Ich hau ab hier Das wird mir zu viel Ich glaub das wird mir zu viel hier Ich hab kaum noch Ausdauer Und ich muss echt was trinken Warte mal eben Schaff ich das Mal eben was essen Auch noch eben schnell Alter ist das mies Guck mal da hinten läuft noch einer Oh wie mies Okay die erste Nacht Haben wir schon mal überstanden Guck mal hier Ich zerstör eure Scheiße Ach nee war ja nur ne Pflanze So Okay ich nehm mal nochmal hier die Bäume in Angriff Ich hoffe die lassen uns jetzt Ein bisschen in Ruhe Dass wir nochmal ein bisschen Holz hacken können In der Hoffnung natürlich Dass äh Wir mit dem Haus weiterkommen Wir brauchen noch 26 Loks So Ja genau Zack So dann nehm ich den nächsten Baum auch schon mal Was das doch Das sind einfach die Leute von Greenpeace Die haben irgendwie Ich weiß nicht Wahrscheinlich nicht so grad Die Interesse daran Uns Hallo zu sagen Oder ne Na wie geht's dir Schönen Tag Lust Bäume zu hacken Hallo So Jetzt aber So dann nehmen wir schon mal den mit Und nehmen wir schon mal den mit Und dann gehen wir schon mal da hin Ist ja gar nicht laut So So das ist auch fertig Hier ist auch nochmal ein Ast Wo ist denn der nächste Da ist noch einer hingekullert Ja die zwei da Die kriege ich da wahrscheinlich eh nicht mehr raus Was ist denn hier Ne Ach hör auf Ne Die haben uns die Bude schon eingerannt Willst du mich verarschen Hör auf Die können uns die Bude einrennen Ach hör auf Das hab ich doch gerade erst hingebaut Ernsthaft Gibt's doch gar nicht Greenpeace sofort aktiv Weiße Reiße sofort die Hütte ein Ne Mach sofort die Hütte kaputt Ne Du kriegst kein Holz Mein Holz Dein Holz Mein Holz Dein Holz Unser Holz Mein Block Dieses Lied Ne Ich weiß nicht Mein Lass Lied sein Lied sein Aber Ich könnte mir das nicht anhören Muss ich ganz ehrlich sagen Oder nicht den ganzen Tag anhören Also Mein Einfallsreich ist es vielleicht Das mag ich mal da hinstellen Aber Hallo Wer bist du denn Alter Diese Geräusche Alter Geh weg Ich wohn hier nicht Ich wohn hier nicht Ich wohn Ich wohn hier nicht Nein Ich wohn hier nicht Geh weg Ich bin Ich wohn hier Ich bin nur zu Besuch Ich bin nur zu Besuch hier Alter Können wir nicht mal in Ruhe hier Ich glaub er geht wieder Kann das sein Ich verschwinde mal hier Ich versuch mal zu verschwinden Wir werden niemals nicht unsere Hütte fertig kriegen Hätte ich mal von vornherein da einfach nur die Dings benutzt Ich hab hier noch ein bisschen aus Augen verloren muss ich sagen Es ist aber auch hier total mies muss ich ganz ehrlich gestehen Weil durch die ganzen Bäume und dadurch dass es so bunt ist sieht man ja nicht so viel Da hat man so ein bisschen das Bedürfnis dass man überall was sieht Nur nicht das was man sehen will He 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 Vielen Dank.